Wunderschönen guten Morgen meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Walldorf, ich bin Vorstandsvorsitzender der Milestone AG und wir beschäftigen uns mit Organisationsentwicklung. Und das was mich heute ganz besonders freut ist, dass ich als Vertreter des wirtschaftlichen Teils hier die Keynote bei Ihnen ansprechen darf. Verbindend auch die beiden Bereiche, die beispielsweise der Herr Diplomischen Ermittler ist und der Diplomischen Herr Brigad Bauer später noch ansprechen werden. Und ich bin sehr glücklich und dankbar über die Worte, die Sie vorhin verwendet haben. Besonders all diese Aspekte rund um den Nutzen der Initiative. Sie werden dann auch gleich sehen, weshalb. Als ich mich mit dem Herrn Jirig, dem Veranstalter, zusammengesetzt habe, um den heutigen Vortrag vorzubereiten, entstand die Idee auch thematisch eine Brücke zu schlagen. Thematisch die Brücke zu schlagen im Sinne von, naja, wenn Wirtschaft und Staat etwas unternehmen wollen, dann landet das meistens in einer Projektform. Und diese Projekte sind auch so, wie Sie es angesprochen haben, nicht einzeln von einer der beiden Seiten abwickelbar, sondern man muss zusammenarbeiten. Und die Frage ist, worauf legt man da eigentlich Wert? Was ist so der Fokus? Was ist das zentrale Element darin? Dann habe ich mir gedacht, gut, wie bereiten wir das Ganze auf? Naja, es gibt ja hunderttausende Folien, die sich rund um das Thema Nutzen etc. darstellen. Ich habe mir gedacht, machen wir das Ganze mal im Sinne von einer Mitschrift, einer kurzen Skizze. Das ist das zentrale Stück, das ich heute gerne bei Ihnen aussagen möchte. Die Frage, die sich Wirtschaft und Staat in gemeinsamen Projekten stellen müssen, ist eine, die bei ausschließlich aus der IKT-Seite herausgetriebenen Projekten in unserer Wahrnehmung sehr häufig in den Hintergrund tritt. Nämlich die Frage, cui bono? Zugegeben, das ist nicht von mir. Es stammt von Cicero. Ja, möchte mich auch in keinster Weise vergleichen. Es ist aus einer seiner berühmten Verteidigungsreden im römischen Senat. Was bedeutet, auch ich habe nachschlagen müssen, als ich das das erste Mal gehört habe. Was bedeutet? Es bedeutet, wem zum Vorteil? Wem nützt es? Und das ist auch zentraler Dreh- und Angelpunkt dessen, was ich Ihnen heute sagen möchte. Schauen wir uns doch an, wem Projekte eigentlich nützen. Was bringt das, dass wir das machen? Warum machen wir das? Denn das muss die Kernaussage eigentlich hinter dem Projekt sein. Auf einem Zeitstrahl betrachtet schaut das Ganze so aus. Als erstes haben wir eine ganz wunderbare Projektidee. Wir können irgendwas machen. Super, wir können ein Ergebnis liefern. Wir können ein ERP-System installieren. Wir können eine Serverlandschaft aufbauen. Alle diese Themen. Dazu machen wir ein Projekt. Für dieses Projekt mit dem kleinen Minus rechts oben symbolisiert, geben wir Geld aus. Und die klassische Projektdenke geht in die Richtung, dass wir sagen, wir haben ein Projektmanagement-Dreieck. Termin, Leistung, Kosten. Diese drei Elemente gilt es einzuhalten. Ja, wir müssen in der Zeit liefern. Wir müssen die Kosten einhalten. Ja und von der Leistung, die abverlangt wird im Sinne von, wir stellen dieses ERP-System hin oder wir bauen die Serverlandschaft auf. Das muss auch geliefert werden. Wir liefern also ein Ergebnis. Hier jetzt bezogen auch sehr, sehr stark auf die IKT-Branche. Damit sollte die Reise aber eigentlich noch nicht aus sein. Die meisten Projektaufträge sehen aber so aus, dass damit die Reise aus ist. Und das, was Sie auch schon mehrmals angesprochen haben in Ihrem Vortrag, das ist es, was auch ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Hier beginnt eigentlich erst das Leben mit den jeweiligen Projektergebnissen. Und dieses Leben mit den Ergebnissen ist hoffentlich der zu erwartenden Nutzen. Sie fahren damit Nutzen ein. Dementsprechend reicht es auch nicht, in diesem Dreieck Termin, Leistung und Kosten zu bleiben, sondern während der ganzen Projektlaufzeit, sollte auch im Rahmen des berühmten Controllings mit berücksichtigt werden, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg, um auch den erwarteten Nutzen einzufahren. Dieser erwartete Nutzen ist es, der letztendlich darüber entscheiden wird, ob Sie mit Ihrem Projekt auch in der Nachbetrachtung als erfolgreich bewertet werden. Mein Vortrag hat den Titel Erfolgreiches Projektmanagement verlangt unternehmerisches Denken, Ausschlusskriterium für den Staat? Nein, gar nicht. Das ist meine Aussage dazu. Im Gegensatz zu sehr, sehr vielen privatwirtschaftlich getriebenen Projekten sind es gerade die von Startseite aufgesetzten, eingesetzten Projekte, die diesen Nutzen in den Vordergrund stellen. Die vermeiden, dass man zu starr in diesem Dreieck Terminleistung Kosten bleibt. Jetzt ist es kein Thema, man kann nicht beliebig übers Ziel hinausschießen, das ist keine Frage, dazu möchte ich auch keinesfalls anleiten. Aber was ich aussagen möchte ist, es geht bei den Projekten nicht darum, dass sie das Gerät hinstellen, dass sie die Funktionalität abliefern, es geht darum, dass sie für bestimmte Zielgruppen und sei es nur eine, einen Nutzen abliefern. Dieser Nutzen kann sich in Euro ausdrücken, aber muss es nicht. Auch ein simples Gefühl kann Nutzen sein, ein Gefühl bei Bürgerinnen und Bürger zum Thema Datensicherheit, Datenverfügbarkeit. Das kann ich nur um drei Ecken mit Euros bewerten und das soll eben auch nicht die zentrale Kenngröße sein, nach der Projekte beurteilt werden, Projekte beauftragt werden und vor allem auch kontrollt und ausgesteuert werden. Wenn wir das haben, wenn wir den Nutzen ebenfalls mit betrachten, dann haben wir unseren Job gut gemacht und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wunderbar informative Veranstaltung den ganzen heutigen Tag über und verabschiede mich mit den Worten Cui Bono. Danke sehr. Applaus Cui Bono. Cui Bono.